Schönen guten Tag, wir sind die Müllers und wir haben reserviert. Ähm, ja, Sekunde, ich gucke schnell. Ja, genau, die Müllers. Perfekt, sie haben das Zimmer 1.01. Und damit, hallo ihr Leute, willkommen bei Pandido und einem weiteren Unboxing für euch. Heute haben wir wieder ein riesen Set am Start und zwar das Playmobil Beach Hotel, das Playmobil Beach Hotel Inn. So, das ist es also, das Playmobil Inn Beach Hotel. Ein riesengroßes Teil und ich zeige euch mal, was drin ist. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, es sind wieder äußerst interessante Sachen dabei, die ich zumindest so noch nicht gesehen habe. Also echt cooles Bett zum Beispiel und viele coole Sachen. Also wir schauen uns das natürlich gemeinsam an. Wir werden das zusammen aufbauen. Los geht's mit der Grundplatte. Da kommen, fangen wir mal an mit dem weißen Teil hier. Das wird ein Teil eines ersten Zimmers. Da kommt, wie üblich, diese roten Dinger dran mit dem dazugelieferten gelben Werkzeug. So, das kommt einmal hier. Linke Seite, zack, rechte Seite. Wuppala, das kommt wieder daneben. Na, was ist denn los? Na, sag mal. Jetzt ist es aber, komm schon. Das muss doch jetzt hier, bin ich nicht zu doof oder was? Na, jetzt. Okay. Sitzt. Okay, so, hier haben wir schon mal die erste Seite oder das erste Stück von einem ersten Zimmer aus dem Hotel. Es gibt zwei Zimmer. Zimmer 101 und Zimmer 102. Okay, so. Hier, das sieht aus wie ein Schrank. Da kommen mal zwei so eine Plättchen rein. Dann ein weiterer Balken, ähm, neben dran, beziehungsweise an der Seite dran, wollte ich sagen. So, okay. Weiter geht's. Ist noch nicht ganz fertig. Jetzt kommt noch ein weiteres Stück. Da haben wir hier, da habe ich jetzt schon mal diese roten Püppel, Pinockel-Dinger, äh, dran geklemmt. Und das hier sieht mir aus wie ein Fenster. So, darum wird das vermutlich gleich nach außen ragen, damit die Sonne reinkommt. Okay, sieht schon mal ganz gut aus. Ein weiteres gelbes, äh, ein weiterer gelber Balken. Zack, auf die linke Seite. Hier jetzt dieses, ähm, ja, leicht gebogene Teil. Das sieht mir aus wie ein Bad. Zumindest ist es da so gefließt. Und ja, ich hatte recht. Hier haben wir das Teil mit dem Waschbecken. Und Spiegel. Böp. Genau, und diese grünen Fliesen da unten, das sieht, äh, aus wie Bad. Und das ist es tatsächlich auch. Und weiter geht's. Das hier wird, ähm, das beinahe letzte Stück. Auch hier ein, ähm, Seitenbalken dran. Ihr seht da schon ein Stück Glastür. Also, mh, hoh, sieht gut aus. So, auf der anderen Seite gelbe Pinöpel. Böp. Auch verbinden. Zack, festdrücken, bis es klackt. Halte klackt, jawohl. Und das wird das Abschlussstück. So, einmal hier überall, äh, an der Seite in die Pinöpel. Und unten natürlich auf der Grundplatte in die Pinöpel. So, weiter. Ich baue das mal noch fix für euch zu Ende. Hier haben wir noch ein Stück Wand. So, und dann natürlich die Tür. Hier haben wir Zimmer 102. Mit Checkkarten, äh, Lesegerät für die Tür. Diese kommt wiederum hier dran. Böp. Und damit wäre das Zimmer, ähm, soweit fertig. Von der Inneneinrichtung mal abgesehen. Okay, das ist also Zimmer 1. Zimmer 2 ist genau das gleiche. Auf der anderen Seite, da mache ich das mal eben für euch. So, und so sieht es von vorne aus. Okay, was uns noch fehlt, ist zum Beispiel ein Eingang. Den haben wir hier. Ein riesen Eingang. Vier Sterne Hotel. Da oben seht ihr das gerade. Playmobil Inn. Tropical Beach Hotel. Okay, mit großer, äh, doppelter, ähm, ja, Glastür. So, da haben wir den ersten Teil schon eingesetzt. Zweiter Teil auf der anderen Seite natürlich. Einmal außen einklicken. Da sind oben und unten so eine kleine, ähm, ja, Einkerbungen, sage ich mal. Zack, einfach noch reinschieben. Passt. So, schaut hier. Jetzt können wir die Tür auf und zu machen. Wunderbar. Das Ganze wird jetzt einmal hier vorne verbunden an diesen höheren Balken. Und natürlich auch unten auf der Grundplatte nicht vergessen, einzurasten. So, das war die eine Seite. Jetzt kommt die andere. Seht ihr, da unten ist noch. Zack. Okay, ja, das sieht doch fantastisch aus, Freunde. So, und weiter geht's mit dem Dach. Das haben wir hier. Teil 1 vom Dach. Einmal links. Böp. Das gleiche rechts. Böp. Und in der Mitte natürlich. Zack. Perfekt. Hotel fertig. Und, ähm, okay, ein paar Palmen kommen noch hin. Und zwar eine links, eine rechts. Und dann stelle ich euch noch die zwei Pagen, die zwei Figuren dazu, die es auch noch gibt. Herzlich willkommen im Playmobil in Tropical Beach Hotel. So, Malte, denkt dran, bald kommen die neuen Gäste. Bis dahin müssen alle Zimmer tipptoppi sein. Alles klar, Michaela, ich kümmere mich sofort darum. Gut, während Malte die Zimmer klar macht, bringe ich die neue Kaffeemaschine an. So, und in das Regal da hinten muss auch noch ein wenig Ordnung. Oh, ach, herrje, ich muss erst mal die ganzen Schlüssel wieder einsortieren. Wie läuft's bei dir, Malte? Ähm, ja, geht so. War das Zimmer schon immer so kahl? Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen einrichten noch. Wir brauchen ein Bild, ein Bett natürlich, die Dusche, einen Tisch und ein Fernseher. Na also, sieht doch einladend aus. Mal ab ins Nebenzimmer gucken. Ach, hey, ist ja genauso kahl. Na gut, also, ein Bild, ein Bett, die Dusche, ein Tisch. Und natürlich den Fernseher. Malte, vergiss nicht, dass die Gäste aus Zimmer 101 noch ein Kinderbett bestellt haben. Gut, alles klar, dann noch ein Kinderbett. Perfekt, jetzt können die Gäste kommen. Schau mal, Schatz, da ist das Hotel. Oh, das sieht aber schön aus. Ja, auf jeden Fall, dann lass uns sofort mal reingehen. Schönen guten Tag, wir sind die Müllers und wir haben reserviert. Ähm, ja, Sekunde, ich gucke schnell. Ja, genau, die Müllers. Perfekt, sie haben das Zimmer 101. Hier, bitteschön. Ah, schönen Dank. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt hier und erholsame Ferien. Was für ein Service, Schatz, nicht wahr? Oh ja, hier kommen wir auf alle Fälle öfter her. Und weiter geht's, Leute. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann klickt einfach auf eins der beiden Videos hier rechts im Bild. Und vergesst nicht, unser Kanal zu abonnieren, denn wir bringen euch jeden Tag ein neues Video zu Playmobil Polizei, Feuerwehrmann Sam, Playmobil Feuerwehr und, und, und. Einfach den Abonnieren-Knopf drücken und ihr verpasst kein Video mehr.